So Leute, erstmal guten Morgen aus Budapest. Hab ich ein richtig geiles Gym gefunden. Und zwar das Gute, pass auf, John Reed. Bloß meine Karte funktioniert irgendwie. Ich hab schon in Deutschland gar nicht mehr funktioniert. Die ist schon gut zack kratzt und irgendwie so komplett kaputt, glaube ich. Aber richtig geil. Hier im Budapest, in John Reed, richtig riesig. Ich bin jetzt gerade mal im Keller, also im untersten Geschoss. Das ist überall. So was vom Platz. Oben auch, da nochmal so Crossfit vielleicht. Dann nochmal weiter oben. Komplett Maschinen, alles. Mir ist so eher der 300 Bereich. Richtig geil. Ich bin hier eineinhalb Kilometer hingelaufen. Wollte eigentlich das erste Taxi nehmen, war voll auf Taxi programmieren. Und dann dachte ich, ey Moment mal. Mein Kollege sagte auch, lauf doch kurz hin. Ich sagte, ja stimmt, warum soll ich mit dem Taxi fahren? Bin ja schon hingelaufen, deswegen schwitze ich auch so ein bisschen. Die Sonne knallt richtig raus. Das war auch jetzt das geile Warm-Up. Da ist erstmal Militärjubfress dran. Dann geht das Training los hier. So, Arbeitszimmer. Das Ding hier. Nicht Drogen tonnen euch, Alter. Hier, nach oben, auf dem Hinweg zum Gym, da waren da voll so die Crack-Heads. Dann hast du mich gesehen, stinkt hier noch Pässe und Scheiße. Wenn ich hier drin war, dachte ich, okay, komm jetzt da hinten wieder raus. Jetzt, entweder fetze ich mich gleich richtig auf Wormat. Oder wir halten alle small. Das weiß ich nicht. Ja? Andere Junkies, andere Sitten. So Leute, jetzt geht ein feines Whey-Protein rein. Das Geile ist halt nur mit 150ml Wasser. Und ich habe hier Geschmack Cinnamon Cookie. Das ist richtig geil bei den Probetüten, Leute. Also, wenn ihr wisst, okay, ich bin viel unterwegs jetzt. Oder vielleicht seid ihr auch so ein, zwei Wochen im Urlaub. Sind solche Tüten richtig praktisch. Davon könnt ihr auch, was auch immer, zehn mitnehmen oder sonst was. Und ihr habt im Koffer echt Platz. Habt ihr nicht so einen fetten Eimer oder so. Sondern könnt ihr schon flach hinlegen im Koffer oder einen Shaker rein tun. So mache ich das immer. Hier, so sieht das dann ungefähr aus. Ich zeige, ich brauche nur hier rauszuholen. Whey-Protein. Portionsgröße ist 30 Gramm. Protein dafür 24 Gramm, Leute. So Leute, wir sind jetzt hier nach dem Training schön was essen. Und ganz interessante Geschichte. Wenn wir jetzt einfach mal eine Pizza ein Geschenk bekommen. Kommt Chef, der hat auch irgendwie 20 Jahre in Deutschland gewohnt. Und jetzt ist er hier im Bruder, hat er seinen italienischen Laden. Wie der hier heißt, coole Frage, Millenium da Pipo. So heißt der Laden. Restaurante Italiano. Versteht ihr das? Die gönne ich mir jetzt. Und jetzt, meine Lieben, wie bei Oma früher, eine feine, feine Kühner. Wenn man Schnupfer hat, kennt ihr das noch? Guckt euch das mal an, hier. Oh, ja. Jungs, mir brennt das Gesicht gerade weg. Ich hab ein scharfes probiert, guck mal was ich jetzt. Ich weiß nicht mehr, was es ist, Leute. Ich kann nicht mehr sprechen, Digga. Tipp da oben. Hier ist das beste Brot, Leute. Best. Ja. Deine Rosensteiner Rezeptur hier. Hier haben wir doch mal Knochenmark. Oh, ich kann nicht mehr reden. Hier, das Grün habe ich eben gegessen. Warte mal. Okay, genau da. Einen davon. Ich flieg gleich weg. That's how we eat it. Like this. Fah. Fah. Einen guten Appetit. Einen schönen Abend, Leute. Ja. 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 Vielen Dank.